hey happy happy leichenteile willkommen zurück zu ebola 3 und wir machen hier mal ein bisschen platz denn wir gehen gleich wieder auf hallo wir gehen gleich wieder auf tour ich muss gerade mal gucken was ich mache wir legen jetzt mal die rolle ab schön wenn man einfach so seine rolle ablegen könnte haha die speckrolle was machen wir noch warte mal satz von leeren hülsen wo habe ich denn eigentlich warte mal warte mal warte mal ich gucke jetzt mal kurz was pulver ich hab doch was gesehen was ich machen wollte auf cam habe ich mir das mal durchgeguckt und zwar lila ls und gs zusammen gibt das rotes schießpulver und rotes zwölf patronen 12 70er das machen wir jetzt das schwarzpulver das rot also lila kombinieren das kommt nochmal das gibt rotes sehr gut das nicht funktioniert hätte ich mich einfach noch mal geladen und zwölf für die schrot 29 geil das ist richtig geil nachschlüssel und diese viele gebraucht laptop aber patronen für die pistole ich weiß ja auch nicht bei lieber ordentlich hier hin wenn wir noch jetzt hier runter mit dem seil ja tatsächlich sehr gut ja erstmal natürlich schön das freut mich sehr ebola ist ein sehr ranziges komisches spiel aber auch sehr geil ich weiß nicht ich freue mich jedes mal drauf wenn ich spiele natürlich gibt es dort welche rum wer kommt denn komische frisur sind brit pop aus so her crime okay wer noch ich hasse es dass die typen wieder aufstehen werden habe ich überhaupt keinen bock drauf das licht ich habe das licht auf bestimmte kombinationen abgestimmt damit wir nicht erwischt werden ich bin definitiv ein genie der elektrotechnik selbst in einer neuen welt werden meine meine fähigkeiten werden mir nützlich sein für freunde habe ich folgende nachricht hinterlassen wenn du mit Licht zum ende kommst wirst am ende des weges sehen wonach du suchst okay ich habe schon ein bisschen angst gehabt dass wir das spinnen hier sind die stromversorgung ist unterbrochen licht bis ans ende kommen hört sich jetzt nicht besonders schwer ich habe eine idee wenn ich immer drei anmachen kann maximal heute steht er bald wieder auf ekelhaft war mich mal lieber was das ist das findet eindeutig viel zu wenig benzin ja das war es sehr gut hinterherstarkstier das schwarzpulver rot platz habe ich eigentlich noch vielleicht erstmal das wichtige aufhebe erstmal das wichtige was ist das ein code nachschlüssel und hülsen ja brauche ich jetzt erstmal nichts ok ein herr kann ich mal ja genau geht oder lang hier lang alles gut aber für noterweise weiß ich bescheid dass dort hülsen sind doch ich nehme auf ne so jetzt checken wir erstmal alles und zwar die kommen da rüber ich weiß aber nicht genau für was ich die dann später kriege ein schuss rennen was ist denn tschak 32 schuss leute schön 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 und für die bräuchte die neuen ne warte 38er mach es aber schön nachladen nachladen ja ich habe noch zwei sätze von denen ich habe noch nachschlüsselt ich habe noch die codes was macht das denn überhaupt im notizprofil hat sich ein code für den laptop ah der computer des wissenschaftlers ist eingeschaltet es gibt ein video von experimenten er erzählt seine beobachtungen darüber ok so wir nehmen das erstmal für was brauche ich aber die codes für den koffer frage ich mich immer noch sind wir auch noch nicht weiter gekommen naja wir gehen noch mal ganz kurz hoch ich werde mich checken ob ich jetzt irgendwas aufkriege mit dem schlüssel mit dem für zimmer 22 hier haben wir alles gemacht soweit ich weiß das badezimmer war leer ja wir sind klemmt safe haben wir geöffnet gerade haben wir gecheckt wir haben teilweise echt den schnellen weg den schnellen ausweg gewählt hier alle klemmt 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 klemmt, klemmt ah, Schlüssel okay, hier geht es aber nicht weiter war da nicht noch einer oder eine, die ich am Leben gelassen habe die halt herumtänzelt, zurückgelassen hat oh ja, Mr. Clown Gesicht die sehen aber auch immer alle so bunt aus das ist unglaublich, ganz komisch irgendwo der Clown Gesicht okay was mache ich jetzt mit Zimmer Schlüssel 22 weiß aber nicht sogar, ob ich das vernagelt habe, aber wir wollen seinen Grund haben warte mal hier, wird nicht der Code sein vielleicht die 8134 ich wollte immer noch dieses doofe Gegenmittel warte mal, war nicht irgendwo wo waren das wo waren das, wo waren das mit äh, da, keine Ahnung Ahnung Lohnzentrum wo waren das aber hier kann ich gar nicht hin in die Bereiche ich gehe ich gehe nochmal speichern, weil ich suche jetzt mal ein bisschen wenn ich es finde, werde ich euch wieder reinschneiden hab ja genug Dinger zum speichern und ich muss irgendwo ich werde halt nicht immer so viel Zeit hier verklempern on cam Parts sind immer so schnell vorbei, finde ich also ich persönlich beim Spielen, finde ich, die gehen echt schnell rum also wie es euch geht, vielleicht ist es für euch ja eine Quale und denkt euch, ach mein Gott, endlich boah, andererseits würde ich dann auch nicht gucken, das Spiel aber das Vollzeug können wir auch da lassen irgendwo war ja nämlich, äh ein Tonband, was ihr braucht beziehungsweise eine Stimmerkennung an der Tür Entschuldigung, ups komm mal an der 10 das geht nicht an der 9 August 15 2010 2010 11.15 Uhr ich habe das H-26-0 zur Dornklonzentrum minus ein Laptop oh nein du sollst von der Tür weg dann halt so ja natürlich sind hier überall Zombies oh macht halt nicht so schnell neben ist noch einer kann ich bitte mal ein bisschen Benzin finden dass ich diese Bieter ausschalten kann für immer bitte nee bitte das denn das ist der Hilfe-Koffer hier verklemmt ahaha kennst du Satz mit X war wohl nix da kommt schon wieder einer reichen mir jetzt aber wenn ich jetzt Zombies abballere ist alles cool was ist die Karte erforderlich ja gut dann oh ne ey warum drehe ich mich auf die Seite wollen das warte warte was ist das denn ach dann ist ja gut was soll die Scheiß ey diese Gegner die sind alle so schnell an mir dran ok aber jetzt weiß ich ob ich hin muss was ist das für ein Scheiß da kommen die halt alle und killen mich instant gefühlt und diesmal werde ich nicht so viel verschwenden für die dummen Zombies ich werde direkt einen Schrot in den Kopf jagen ich werde noch ein paar Mal schießen dass die Pistole leer geht diese dummen Zombies die sind aber so unnötig stark manchmal und dann wackeln die auch so blöde und dann gibt es die Gegner die einfach auf dich zusprinten die Arschkeige August 15 2010 11.15 Uhr ich habe das H-26 der H ja du kennst nicht das H-D der Glaubst du dich ladsch jetzt hier rein und trigger das Vieh und ihr könnt mich einfach überraschen mit dazu machen wir nicht Freunde komm du ekelhafte so sieht's aus warte mal ich geh nochmal ja ich sollte vielleicht Heilung holen wäre vielleicht geschickter und ich würde reinrennen und sterben weil das Vieh so schnell ist B Leerzeichen 7 Wohnanlage aber ich meine das ist alles cool ich bin gelb wie kann ich von gelb so schnell sterben bitte wenn ich das ist ganz klar hab ich da Moniter bei ja ich werde die erstmal verballern die Schrot ist mir viel zu wertvoll nicht mehr das Monster das dicke da ich werde im Notfall da kann ich mir das Schrot ach ja mach nie so schnell ein Stück Kacke dann kriegst du eh nicht auf Mann ich bin grad ein bisschen sauer ne klariert ja das ist cool ich weiß ich kann nicht heilen cool Waffe ein Aktenkoffer jetzt weiß ich auch wofür ich die Medizin brauche interessant alter was für ein Drecksteil ist das bitte was schon wieder Pillen Antibiotika ah die sind für den Typen ich werde die von so einem Vieh hier bewacht kann man ja verstehen danke dass ich dafür ein bisschen Pistole kriege wegwerfen ne das sind 19 oh das ist was anderes auch Parabellum und das AB Blutpaket werde ich bestimmt nicht hier verbrauchen das mische ich erstmal plus habe ich eigentlich noch drei aha ja ganz ehrlich ich glaube eh nicht dass ich so viele brauche alle wegwerfen Pilsen sind doch schon praktischer glaube ich da komm kleiner komm 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 diese Zombies ne geht mir schon gerne auf den Sack ihr Viecher ne unglaublich gerne machen die das so ja jetzt muss ich halt gucken wie ich das äh mit der Heilung da gedeichselt kriege Heilung ist echt ein Problem hier das schief aber auch widerlich ich hoffe davon kommen nicht noch mehr später das wäre so ein kleines Albträumchen von mir nicht weil die schwer sind sondern weil sie einfach nur blöd sind ich muss mal was spritzen unbekannterweise habe ich noch ein Medikament oh Gott mit den kleinen Blutpaketen die sind echt nutzlos leider 15% Heilung macht kaum Sinn ein Koffer da ist was wertvolles drin was denn was denn was denn was denn eine Glock 18 eine österreichische Automatikpistole mit dem Kaliber 9x19 mit Parabellum äh Millimeter Parabellum entwickelt um Spezialanhalten der Armee und der Polizei zu bewaffnen geil okay wartet mal da wo war ich die 9x19 dann kann ich ja ich die Pistole aussortieren wenn ich da nicht noch ein paar Schuss für hätte lass ich die nochmal liegen so jetzt gehe ich erstmal den Typen heilen mit dem Antibiotika ich hoffe der ist überhaupt noch fit aber dass man einfach man man muss dazu sagen es ist ja ein Virus glaube ich ist Ebola ein Virus ja und Antibiotika nimmst du gegen Bakterien ja gegen bakterielle Infektionen wie Streptokokken oder so ein Scheiß oder Pneumokokken hatte ich alles schon sehr oft durch meine Tochter auch aber ist egal wir kommen jetzt hier nicht wissenschaftlich an die Sache ran Bettei ich bringe die Medizin dein Vater wird bald besser sehr gut danke vielen Dank für deine Hilfe Es knallt uns ab. Jetzt muss ich herausfinden, was mit mir passiert ist. Dad sagt, dass ich alles in der Bibliothek finden kann. Suche für Antworten da auch. Danke für dein Geist. Locke die Tür, bis dein Vater besser ist. Dad hat ein Stück grünes Weiß. Geh es. Du kannst es brauchen. Grüner Draht. Ein Kupferstromkabel in grün. Und Betty freigeschaltet. Ich glaube nicht, dass der hierfür ist. Obwohl hier die Bücherei ist. Sondern oben beim Ladedock, da war ja der Draht durchtrennt. Ich finde die halt leider sehr schlecht, dieses Maschinenbistüllchen. Aber gut. Ja, schade eigentlich, dass wir jetzt so wenig zu tun hatten im Klonlabor. Ja. Alter, was für ein Sound. Sieht sehr gut aus. Aber den nehmen wir ja nicht weich an wieder. Der Pantry. Ist das ernst? Alter, was ist das? Das ist ein Wehr. Das ist ein Wehr. Das ist in der Todnähe. Das ist ein Wehr. nings山ع die kämpfe hier die kämpfe hier soll ich dazu noch sagen was soll ich dazu noch sagen so und da sind wir schon wieder bei den wehren und ich hoffe diesmal schaffe ich jeden der ist so nervig komischen auf mich zu spritzen und dann draufhämmern ja krass ist viel, ne? Alter, bin ich schon wieder rot? Ja, ich bin schon wieder rot oh, warte, was? Achtung Ich muss die Teile abballern, ja? Abverstanden Lauf doch Boah, ich hab die besiegt, ja Was soll der Scheiß Ich verstehe es nicht mal, warum bin ich jetzt gestorben was soll ich jetzt das behält, sollte ich uns wieder rot Das hat mich gekillt. Der ist explodiert, dieser scheiß Bär. Jetzt bin ich über volle Gesundheit, weil ich nicht so nah dran war. Boah, was für ein Boss. Was für ein Drecksboss. Sorry, aber... Aber ich habe gut Munition mitgenommen aus dem Kampf. Oh Mann, ey. Da hat sich was Feiles für uns ausgedacht. Okay, dann kann ich speichern in der Pantry. Auch wenn ich es ein bisschen hasse, das schon wieder zu tun, weil ich habe schon so viel verspeichert hier. Aber guck mal, da kriege ich ja was. Da kriege ich noch mehr. Und da kriege ich noch mehr. Noch mehr. Und... Hier, 661. Aufschreiben. Hätte ich irgendwo hier einen Kugel schreit... Ja, habe ich. Also. Hier, 661. Ich wette, das ist für die Bibliothek. Eigentlich könnte ich es ja auch einfach laden, das Spiel, und den Kackbären in Ruhe lassen. Oder er könnte mich mal gerne in Ruhe lassen. Guck mal, ich habe nicht mal Schuss verbraucht für die Pistole. Oh, das hat mich jetzt echt... Der Kackbär hat mich ein bisschen stinkig gemacht, gebe ich zu. Kombinieren. Da habe ich wieder was Gutes hier. Aber hier hat nur was Gescheites, um das zu kombinieren. Holzenschneider... Ja. Das habe ich halt mal abgelegt, weil ich weiß nicht so recht. So, jetzt bräuchten wir ja theoretisch nur noch ein schwarzes Pulver. Da haben wir wieder lecker, lecker... 12 Schuss für die Schrot. So. Boah, ich zeige nämlich mal mit. Drei Bänder zum Speicher lege ich gleich wieder ab. Bolzenschneider... Eigentlich muss ich ja alles mitnehmen, das ist auch wieder so doof. Eigentlich müsste ich ja alles mitnehmen, streng gesehen. Und kaut das Band, das finde ich auch schön, diese Ausdrucksweise. Es kaut das Band. So, ich überlege gerade, wie lange habe ich jetzt aufgenommen. Weiß es nicht. Aber ich glaube, für ein Part reicht es auch mal wieder, oder? Ja, komm, für ein Part reicht es jetzt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Auch, weil ich jetzt gerade ein bisschen grumpy war. Aber muss man mir auch mal zugestehen, das ist auch echt anstrengend hier. So, warte. Da ist die Pistole jetzt, ja. Da haben die Blutpakete durcheinander gebracht. Shame. So. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei. Wenn es wieder heißt... Oh, mit 9. Nein. Wenn es wieder heißt, Ebola 3. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss.